ok werden wieder nach oben genau in die Schusslinie kommt mir her ja schon einmal jemand eiskalt hinter der Tür treffte nicht ja das schöne ist natürlich jetzt regnet es und Wasser wir kommen noch langsamer voran als wir so oder so schon unterwegs sind Sack da kommt er irgendwo in Charger da ist er dann hat man auch weg und jetzt wieder zurück und wenn so ein Regen kommt heißt das immer wir kriegen Gesellschaft da war ein Hunter scheiße und zwar genau auf mir sehr schön wo ist der Rest so irgendwas anderes töten einfach alles töten wo geht es denn lang scheiße jetzt habe ich mich verlaufen ok der Rest geht dort lang wir folgen wie jetzt wo lang ich habe keine Ahnung ah da ist er schuld oh ja wir haben Gesellschaft so kommen noch hier kommen wir schneller voran wohl schnell ist was anderes ihn hat es getroffen er hat wahrscheinlich die gesamte Masse bei sich ja er ist zwar absoluter kack Mist jetzt hier lang zu gehen haben wir noch eine Rohrbombe noch irgendwas hier schade manchmal liegt ja ein bisschen mehr drin eine einzige Rohrbombe haben wir hey und ansonsten haben wir nichts mehr das fängt ja schon mal so mega geil an so hier oben findet man gleich nochmal Gesellschaft ich hoffe kein Spitter der hier reinschießt oh schön von dem habe ich denn die Tabletten gekriegt wahrscheinlich von Sergei ja oh oh bitch umgehen Leute umgehen 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 so wir müssen eine Etage tiefer und dann geht es hier gleich geradeaus weiter wo kommt denn ihr her lass mich doch mal in Ruhe die hat mich ja bein runter geschützt und ja es kommt wieder Sturm damit ist klar was jetzt los geht wir kriegen wieder Gesellschaft so wir warten mal bis der Sturm im Mittel weg ist und dann müssen wir da rüber so so ab hier hoch weil durch das Wasser aber wir bräuchten Ewigkeiten ok der Kollege ist hinter uns dann hoffe ich dass der Rest jetzt auch gleich noch kommt irgendwo war hier ein Spitter hier war denn der Spitter hingeschossen ok ok smoker wo da ja immer schön hier oben bleiben ansonsten brauchen wir nämlich schon eine halbe Ewigkeit durch das ganze Mistwasser ja ja schau schau schön dass der da unten ist wir dürfen den Oklai haben dann einmal nach unten und ich hoffe mir kriegen ja irgendwo ein Medi-Pack her Jared hat seins noch ansonsten haben wir nicht viel irgendwas Gutes mit dabei ich würde trotzdem lieber bei der Sniper bleiben Rohrbombe achso die sind hier alle ausgerüstet dann nehme ich die jetzt einmal mit vielleicht kann man jetzt ein E2 töten oder auch nicht so hinten weiter und dann einmal hier drüber ich wusste schon warum ich einen Schritt zurückgehe so ich bleib hier oben gerade jetzt wo der Sturm kommt wir haben auf jeden Fall wieder Gesellschaft kriegen alles klar schieß auf die Mauer man hat ja sonst nichts zu tun ok shit wo kommt der Tank jetzt her Tank ist da wo kam denn jetzt dieser Olle Tank her das ist ungesund also zwei Tanks ok das später kommt noch ein Tank ja definitiv aber hier jetzt auf dem Rückweg noch ein scheiß Tank eher selten ok wir gehen hier weiter ok der Rest braucht mal ganz kurz teilen sich grad noch ein Bild Gesundheit rein ok dann machen wir mal hier weiter so einmal da lang so jetzt ja nicht runterfallen zack und da lang ja man kann natürlich unten wieder zurückgehen aber wie gesagt äh Wasser ist scheiße ja ein Jockey höre ich leider auch so wo ist jetzt der alle Jockey oh Scheiße Scheiße raus 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 am besten gar nicht bewegen da ist er kommt er hoch shit jetzt muss natürlich so ein scheiß Sturm kommen ok er ist dort alle Mann nix wie rein hier aber in den ollen Bunker ja wir haben natürlich noch ein Medipack äh Medikit das glaub ich mir jetzt einfach ne hat er äh hab ich hab ich nicht äh ja Tür zu ist wahrscheinlich auch sinnvoll ok wir müssen uns dann nochmal kurz heilen und dann geht's weiter schön über die Dächer alles mögliche den Weg dem wir halt her zugekommen sind jetzt sind wir zurück so ob dieser läuft auch ganz gut der zweite Tank echt selben statt er den zweiten Tank hatte ach jowo irgendwie macht dieser Sergei hier nicht wirklich viel ja Klappe so dann müssen wir uns einmal heilen äh nicht wirklich viele Medipacks zum Glück haben wir am Anfang noch ein paar äh wir bleiben bei der Sniper einfach jetzt ok Molly hilft jetzt nicht viel weil ja werf mal den Molotow ins Wasser ok dann mal ab übers Wasser und hoch aufs Dach zum Glück wir haben nunfalls noch das Katana wenn auch nichts mehr geht wird skurril aus da war ein Boomer ok Garnate ich will einfach den Weg hoch zu schützen der uns schon mal keiner entgegenkommt wo ist ein Smoker irgendwo ist ein Smoker hat er getötet sehr gut äh Chao Chao wow hat er mich vom Dach geholt what the fuck jetzt kommt natürlich der Sturm alles klar wir müssen weiter wir müssen weiter so Katana schon mal zücken so hier irgendwo hinten ist dann noch Raum äh dachte ich ok da kommt das weiter später ok der Gast ist auch da Jockey irgendwo Jockey irgendwo kommen wir nicht durch? ok da sind wir einmal zu weit gelaufen wir müssen da durch alles klar eine schöne Runde hier nein eine Sekunde zu spät zum Glück hat man ein schnelles Team was oben nicht schnell reagiert so wir sind da oder nein hier ist Baumhaus da oben hat man fast immer noch mal eine Sniper nachher haben wir ja noch Waffen hier ist der alte Flohmarkt halt so dann nehmen wir uns die ja gleich wieder ok dann weiter geht's schlicht hier kam noch ein Raum noch einen Schutzraum wow was war das denn? so der Krankenwagen ja Witch braucht sowieso keiner ok das ist wir treffen heute auch wieder ganz gut ok irgendwo hier ist eine Witch wir gehen mal einfach oben lang hat echt viel gebracht wir müssen nämlich hier übern Zaun ich glaub die da mal ok die ist down und wir jetzt auch ne ok wir haben keinen Fallschaden bekommen diesmal hab ich den jetzt gehoffen? nein hab ich schon nicht der hängt da irgendwo hier rum jetzt sehr schön ok hier äh kommt gelegentlich immer noch ein Tank aber diesmal anscheinend nicht dafür hat man den war da vorne schon ja wir haben eine Pipebomb wir haben Munition und Medipacks oh schön irgendwas sinnvolles an Waffen das Licht ist so extrem hell hier ich glaub wir bleiben wir bleiben dabei ok war nicht viel los das Sherwood hat diesmal äh uns im Weg ein bisschen freigeräumt die Witch hab ich gar nicht gesehen also erst nachdem sie natürlich aktiviert wurde ok Munition haben wir Medipack ok das ziehen wir uns jetzt mal kurz rein da vor mir sehe ich noch Adrenalin ja ok hier haben wir noch einen Defi den nehm ich jetzt mit obwohl Medipack wir heilen mal ihn ja ok macht er schön gut dann nehm ich das hier mit sonst haben wir noch 2 Defis ok Jarrod ist noch inaktiv oder sonst was für ein Pingen da brauchen wir noch mal kurz eine Sekunde wir gucken eine Weile schon mal ob sie irgendwo es gibt da muss man dann gleich drüber da haben wir unser wunderschönes Haus wo wir angefangen haben und das muss man dann verteidigen da ist noch inaktiv ja komm wir machen noch einen Rund mit wir verklappen jetzt so Freunde so kommt er jetzt auch wieder oder warten wir auf die anscheinend werden sie so schnell nicht aktiv dann gehen wir einfach weiter da ist wieder da sehr schön sehr schön krass ja genau stell ich einfach vor mir so ja hier darf mein Sinn uns ordentlich bewaffnen so meistens 1-2 Tanks kommen hier auf jeden Fall immer und viele viele Freunde natürlich das ist schon getroffen bleibt mal alles schön unten ja ja der will nicht sterben nein leute 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 sehr schön ich bin hier unten aber egal hau ab lassen wir schon in ruhe sag mal ich hab da aufzüblich fassen und wir kommen ja gar nicht mehr von hinten rein wir haben doch mal sehr lang ja im notfall kann man sich auch hier in die ecke schön platzieren dann muss sowieso alles von vorne kommen jetzt kommt der erste tank wo ist er wir gehen hier oben mal ganz kurz die treppe wieder hoch wo ist der tank ich habe keine ahnung ich sehe nichts er ballert auf irgendwas ja leider haben wir keine zombies hier sonst wäre das ganz hilfreich jetzt kommen die alle erst okay wir schnappen uns da noch mal eine rohrbombe mal kurz munition nehmen unser leben sieht doch gut aus gerade abgeschossen so jetzt dürfte irgendwann auf jeden fall nochmal ein zweiter kommen jetzt mal eine rohrbombe ja deswegen ist es ganz gut wenn man den zeug hier am anfang ein bisschen lässt damit man dann später will was dafür ihn hat kommt der her so aber sinnvollere waffen haben wir bis jetzt immer noch nicht und da kommt tank nummer zwei und wir verpissen uns gleich wieder nach oben in der hoffnung dass wir dann eine bessere aussicht haben oder wo kommt er denn ok da ist er schon ich sehe nichts auch da wir bleiben hinterm dresen ok der ist down so jetzt muss man langsam eigentlich geschafft haben wir haben nicht mal mehr die Dreck gebraucht ok wir haben uns aber auch ferngehalten von der Metzlerei so war es das jetzt mittlerweile kommt das boot jetzt so dürfte theoretisch jetzt langsam kommen ja jawoll da kommt das boot wir können wir versuchen nochmal eine kürze werfen jawoll schön auf den tank einfach nur hier rein jawoll tank ist auch noch down dass der sich jetzt heilen muss ist das oh bitte kacke aber naja gut rein in das gute stück und wir haben es geschafft einmal durch den Sturm und zurück ja definitiv war eine gute runde eigentlich ich glaube wieviel widgets hat man insgesamt drei vierer jetzt nicht so viel mitgezählt also die die mal aufgeschreckt haben war im großen ganzen eine gute runde sind recht schnell durchgekommen ja am ende wie gesagt meistens nach dem zweiten tank kann man schon mal Richtung boot gehen dann ist das meistens auch da gut der inner tank wie gesagt der dann hätte ich jetzt noch nicht so häufig dort aber so im großen und ganzen haben wir es doch ganz gut hingekriegt und ja können wir nochmal ein bild gucken nachkampfkills 74 getötete hunter 7 boomer jabit einen mehr smoker haben wir 3 charger oh charger haben wir plus einen jockeys haben wir dafür den meisten spitter haben wir plus 2 erledigt oder hat man heute gar nicht so viele hat am wenigsten schaden erlitten ja gut wir haben uns gut rausgehalten wenigste verbündete getroffen haben wir auch äh die meisten verbinden wiederbelebt ok das da oben mit dem witch halt nicht so ganz hin beschützt haben wir die meisten leute genauigkeit 46% na gut mit der sniper sollte man das erwarten auch wenn es bloß 5% headshots waren 904 zombies ausnahmsweise mal ein bisschen wenig die letzten runden haben wir ein paar mehr erledigt ja gut damit bedanke ich mich erstmal fürs zuschauen auf jeden fall und ich denke wir sehen uns in der nächsten runde muss dann gleich mal schauen was als nächstes auf uns zukommt und damit sage ich erstmal auf wieder geschaut und noch viel spaß